Also hallo miteinander, wir sind jetzt hier auf dem Anstieg oder auf der Anfahrt. Auch von mir ein Hallo hinter der Kamera. Zum Monte Altissimo. Hier geht es ganz schön bergauf. Ja, wir machen mal einen kleinen Rundumschwenk, dass man mal so ein bisschen was von den Bergen sieht, wo wir uns da so ein bisschen rumtreiben. Da unten war übrigens der Start, da sind wir mit dem Shuttlebus hin. Aber nichtsdestotrotz haben wir ungefähr 400 Höhenmeter noch vor uns. Ich hoffe, ich habe die Hälfte schon geschafft. Und die haben es in sich. Ja, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da unten sieht man den Gardas. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser auf der Kamera, das Bild. Und dann wirklich eine tolle Aussicht. Da kann man mal nicht meckern, gell? Also, der Karsten kämpft sich da hoch. Kein Problem. Vor mir noch einmal der Gardasie. Jetzt sind wir gleich oben. Das ist ein wenig düssig heute. Diesig, sagt man. Diesig. Geht eine steife Brise da oben. Oh, 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 oh. So, Gipfel haben wir erreicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cool. 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 Der Brahmian-Panzer! Alter! Hallo! Traumhafte Wege. Aber bitte ein bisschen auf das Schaltwerk aufpassen. Sonst ein C. Boah! Cool! Cool! Das ist für miese Kehre hier! Schummeln wir überhaupt hin. Wieder ein Bremsbelagkiller. Alter! Steiner geht es schon noch mal. Alter, Alter! Alter! Ja! 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 Das sieht man auch immer an Altissimo da oben, da sind wir gerade drunter. Ja! Endlich geht es immer wieder flauig nach unten. Und das ist immer wieder flauig nach unten. Und das ist immer wieder flauig nach unten. Und das ist immer wieder flauig nach unten. Oh, das schaut nach Essen aus. Hier kann man übrigens optimal Brotzeit machen. Birgit, winkle mal. Und das ist immer wieder flauig nach unten. 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 Das ist normal, dass meine Bremsen so quietschen. Ja, ja, die sind total heiß. Was geht hier heftigst noch einmal runter? Schaffe ich das? Freilich. Ich hoffe schon, wenn man schätzt und das ist ganz schön steil. Das ist richtig schön steil. Bobo, ein wenig hinter. Können wir ein wenig langsamer fahren. Ja, sowieso. Die sind natürlich mal ganz schön steil. Also man sieht vielleicht später in der Kommodaufzeichnung. Wie viele Gefälle das war. Das interessiert mich selber mal. Geil, oder? Bitte? Ist doch geil. Da könntest du Spiegeleier braten auf der Bremsscheibe. Ja, jetzt haben wir wieder einen schönen Weg entdeckt, der auch fahrbar ist für mich. Da waren schon ein paar Hardcore-Sachen dabei. Ist ein wenig hopperig, aber okay. Ja, man sieht immer schöne Sachen. Hallo Pferd. Pferd nicht scheu. Das lässt sich nicht stören. Es lässt sich nicht stören. Es ist Gras besser. Da haben wir einen S1. Da haben wir einen S1. Jetzt würde ich weiterfahren können. Ja, du kannst das hier. Ich kann es. Sie könnte ja, wenn sie will. Jetzt habe ich meinen Flow verloren. Wie geht es denn da unten weiter? Wie man hier sieht, das ist ein Mountainbike-Red-Tour. Genial. Ja, bin ich eigentlich schon mal runtergefahren, so ein Ding. Die Birgit hat sich gerade ein wenig hingelegt. in München. In München. In München. Die Birgit. Seine Frau. Unschager. Wie geht es? Oh, endlich mal ein wenig Schaden. Und fliegen. Und fliegen. Und fliegen. Links. Und fliegen. 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 Du bist falsch. Ja. Und fliegen. Und fliegen. Und fliegen. Und fliegen. Und fliegen. Und fliegen. Ja, die sind immer weg. Und fliegen. Gut. Und fliegen. Und fliegen. Und fliegen. Und fliegen. Vielen Dank. 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 Wir sind steil und es scheiße einfach. Also ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Tschüss.